Viele verschiedene Zeichengeräte? Vergessen Sie es! Hier ist der neue Universalwinkel von Wolfkraft. In zwei Größen erhältlich ist er jetzt noch besser, noch vielseitiger. Mithilfe der integrierten Lochreihe ist es spielend einfach, parallele abgesetzte oder durchgehende Linien zu zeichnen. Die beidseitige Verwendung macht ein schnelles Arbeiten auch auf großen Flächen möglich. Die schnell abnehmbare Winkelschiene ermöglicht nun auch präzises Arbeiten auf einem Werkstück. Die zwei festen Radien auf der Winkelmesskala eignen sich hervorragend für das Abrunden von Plattenecken. Lesen Sie die Winkel an der Messkala ab, zum Beispiel bei Bauplänen und übertragen Sie diese auf Ihr Werkstück. Oder benutzen Sie den Universalwinkel als Zirkel, um Rundungen zu sägen, wie hier für das Einsetzen von Spülbecken in Ihre Küchenarbeitsplatte. Dank der Anlaufkante können Sie bei Bastelarbeiten leichter Formen auf Pappe zeichnen. Auf die gleiche Weise schneiden Sie jetzt mit einem Cutter runde Formen aus Pappe und Kunststoff aus. Mit ein paar Handgriffen ist der Anschlag wieder angebracht. Nutzen Sie den Winkel als stabile Anlaufkante für Ihre Stichsäge. Doch der Universalwinkel kann noch mehr. Passgenaues Arbeiten mit Laminat ist nun kein Problem mehr. Spezielle Markierungen ermöglichen zudem ein präzises Anzeichnen der beim Möbelbau oft benötigten Winkel 45 und 30 Grad. Der Winkel besitzt zusätzlich einen integrierten 45 Grad Anschlag. Die Markierung für das Anzeichnen von Topfscharnieren und Bodenträgern ist besonders nützlich beim Anbringen von Schranktüren und Einlegeböden. So ist das Bauen von Möbelteilen für jeden möglich. Die integrierten Markierpunkte zum Herstellen von 32er Lochreihen ersetzen herkömmliche teure Marktschablonen. Das Bohren von Löchern in Schränken wird zum Kinderspiel. Ihr Schrank ist im Nu aufgebaut. Mit dem Universalwinkel können Sie Winkel ablesen und nachzeichnen, beidseitig arbeiten, Bastelformen zeichnen und ausschneiden, parallele Linien markieren, Plattenecken abrunden, Kreise wie mit einem Zirkel aufzeichnen und noch vieles, vieles mehr. Kaufen Sie den Universalwinkel von Wolfkraft. Wolfkraft – so macht Heimwerken Spaß.